Kennst du das? Du möchtest einfach deine Ruhe haben, aber dein Schönheitsschlaf wird dauernd unterbrochen? Dann haben wir, Napster, die Lösung. Glasglasses. Einfach aufsetzen und keiner zweifelt mehr an deiner Kompetenz. Ein tolles Extra. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben und Formen. Blinzeln war gestern. Wenn du zwei Brillen kaufst, bekommst du sie zum Preis von einer. Jetzt zuschlagen, solange der Vorrat reicht. Glasglasses. Why take notes when you can take a nap? Nicht zu empfehlen bei maturrelevanten Themen, Prüfungen, Tests und jeglichem Stoff, bei dem man nur in geringster Weise aufmerksam sein sollte. Auch nicht empfohlen für Lehrer.